Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 22. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 807. Und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Lichtenstein, Works with Health Kit, Rechtschreibung und Netflix. Wir beginnen mit dem Kanton Lichtenstein, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Mit dem Land, mit dem kleinen Land Lichtenstein, das zwischen Österreich und der Schweiz eingequetscht ist und von einem Winke August regiert wird. Der war jetzt böse, aber ich habe mal davon gehört. Ja, gehen wir auf das Thema ein. Es gibt eine Schweizer Firma, die sich AVA nennt. Das ist ein kleines Startup, das kleine Gadgets bringt für die Damen dieser Welt, die ihre Zyklen genauer überwachen möchten. Und das Produkt misst unter anderem die Temperaturen konstant in der Nacht. Es macht sonst noch ein paar Messungen mit dem Puls und die Atemfrequenz, wie die Durchblutung generell. Und das ist natürlich perfekt geeignet, um dieses Covid-19-Zeugs zu analysieren. Und deshalb wurde jetzt eine Studie ausgerufen. Im Alter zwischen 33 und 51 Jahren wurden 2200 Lichtensteiner und Lichtensteinerinnen mit solchen Gadgets ausgestattet. Und das ist circa 5% der Bevölkerung. Und die sollen in der ersten Phase mal eben die ganzen Daten liefern. Der Staat soll übrigens die Daten nicht bekommen und das Ganze wie immer anonymisiert passieren. In einem zweiten Schritt soll dann ganz Lichtenstein damit ausgestattet werden, wo man dann eben daraus finden kann, ob man diesen Covid-19 irgendwie in den Griff oder zumindest geregelt oder wie auch immer hinbekommt. Klingt interessant. Da bin ich mal gespannt, was da die Einwohner vom schönen Ländle sagen. Weiter geht's mit Sonos. Die haben jetzt einen eigenen Radiosender gestartet. Und Radiosender ist ein bisschen das falsche Wort. Eine Art Streaming-Geschichte mit eben Radios. Drei eigene Sonos Soundsystem, Arty Studios und Shore Studios plus irgendwie, glaube ich, Zugriff auf 60.000 weitere Radiosender sind online gegangen. Zum Start in Kanada, in Großbritannien, USA, Irland, Australien. Und nächstens soll das Ganze dann auch zu uns nach Deutschland, Schweiz und Österreich kommen. Wer mag, kann da ja mal reinhören. Ich bin gespannt, Radio. Ich mache mir selber mein Radio. Aber ja, das macht nicht jeder. Oder die Zeit oder Musse hat nicht jeder. Dann, bei Apple gibt es ja das MFI. Schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Damals noch mit dem iPhone oder besser gesagt mit dem iPad. Made for iPhone heisst das Label mittlerweile. Das sind Produkte, die eben von Apple zertifiziert sind. Da gibt es auch Made for Apple Play, glaube ich, zwei oder sowas ein Label. Und neu gibt es ein weiteres Label, das nennt sich Works with Health Kit. Das sind Apps, die eben mit der Gesundheitsplattform von Apple einspielen, sich Daten da rausholen und aber auch wieder Daten da reinspielen. Und somit können sich die Entwickler jetzt damit ein bisschen abheben von anderen Apps und zeigen, dass sie da reingehören. Und Apple kann natürlich die Kategorie auch schön bewerben. In Zeiten von Covid-19 sind solche Geschichten natürlich sicherlich nicht verkehrt. Dann geht es weiter bei Microsoft Word. Wer da drin gerne Texte schreibt, hat ein Weilchen lang in den letzten Jahren das eine oder andere Problemchen gehabt. Denn die Rechtschreibprüfung hat immer wieder mal ausgeschlagen, wo sie nicht unbedingt hätte tun sollen. Das Ganze wurde an der letzten Build, das ist die Microsoft eigene Entwicklermesse, die nun alles im Frühjahr stattfindet, im letzten Jahr angekündigt, dass da eine deutliche Überarbeitung kommen soll. Und die ist jetzt im Englischen ausgerollt. Damit kann man jetzt nicht nur die Rechtschreibung überprüfen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, euch helfen zu lassen, ganze Sätze umzuschreiben. Das heisst, wenn ihr irgendwie nicht weiterkommt in einem Satz, kann euch Microsoft im Word dabei eben helfen, den Satz umzuschreiben oder anders zu gliedern, dass er dann schlussendlich passt. Zu guter Letzt komme ich zu einem Thema, weshalb wir gerne noch das alte iPhone haben, wo wir noch den Rand oben und unten haben. Sprich nicht eine Screen-Body-Ratio von irgendwie 3 bis 98 Prozent oder wo die aktuell so liegt. Denn wenn man kleine Kinder hat, die gerne auch mal zwischendurch mal vielleicht Netflix schauen oder so etwas, oder Sky Show oder was auch immer, Apple TV Plus, dann ist gut, wenn sie links und rechts ihre Finger noch hinhalten können, ohne dass sie ständig drauf tippen. Noch schlimmer ist unter Android, wo dann auch noch diese virtuellen Tassen kommen, wo sie gleich aus der App rausfallen. Und da hat jetzt Netflix einen Schritt weiter gemacht, bei der Android-App gibt es jetzt links unten einen Screen-Lock-Button, über den ihr den Screen locken könnt, dass das eben nicht mehr passt. Also somit kann ich nächstens meinen kleinen auch Android in die Hand drücken, um eben genau solche Dinge zu schauen. Ich hoffe, das kommt auch auf iOS-Devices und ich hoffe, das kommt auch bei anderen Streaming-Diensten, weil das ist schon was Nerviges, wie ich finde. Das war's mit den Neuigkeiten heute und ja, euch noch einen erfolgreichen und schönen Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss! Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!